Was ist die Perfektion mit neuster Technologie, ist im Design aber nicht immer erwünscht. Denn im Trend liegt derzeit oft das Unregelmäßige und Imperfekte. Handgefertigte und verwitterte Materialien werden bewusst genutzt, um damit das Perfekte mit Emotion und Natürlichkeit aufzuladen. Besonders die Haptik von Produkten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dieser Trend hat zum Beispiel auch den Stil unserer Tischkultur stark verändert. Hier hat das Geschirr in der Optik handgefertigter Keramik auf einer Leintischdecke der edlen Porzellanvariante auf glatt gebügelten Tischdecken den Rang abgelaufen. Auch dieses Badezimmer zeigt einen solchen Trend. Während die Badewanne und der Waschtisch für einen modernen und perfekten Trend stehen, sorgen der Fußboden und der Wandbelag für ein perfekt imperfektes Ambiente.